Im Moment funktioniert der Alphaz anscheinend hier wieder ein bisschen so mit der Maus und so und macht ihr hier im Moment keine komischen Marotten hier sozusagen, dass sie einfach so meinten, ne ich hab gar keinen Bock gerade, ich mach hier mal was ich will, das ist ja ich grad echt tierisch gut sozusagen dann, äh tierisch gut. Du bist wundervoll! Ja, du bist ja so wundervoll, Pferdchen, man hat dich ja auch so gern. So. Wir müssen das ja ordentlich hier einschamponieren. So, und dann nehmen wir jetzt hier den Schwamm und machen wir alles noch ordentlich mit dem Schwamm sauber. Ja, natürlich, jetzt ist das Fell anscheinend schon bei 100% und ich bin hier noch nicht mal eigentlich fertig hier. Ne, da, da war anscheinend noch ein Krümel sozusagen, den man noch sauber machen konnte. Prima! Aber das ist immer voll komisch, immer wenn ich dann immer irgendwie das Handtuch oder so noch mit benutzen würde, so dann ist das Pferdchen anscheinend immer schon sauber. Aber ich nehm dann trotzdem das Handtuch, ich finde, das weiß ich nicht. Dann denk ich mal, mein Pferd ist immer noch tierisch nass oder so. So, Pferdchen, dann trocke ich dich mal eben schnell ab. Auch wenn du schon eigentlich tierisch sauber anscheinend hier bist, aber das ist mir jetzt auch egal. Soll sich doch das Spiel darüber sozusagen aufregen. Und jetzt ist dann Wurst. Hauptsache du bist gut. Gut im Pflege und so. So, dann haben wir jetzt das Fell schon fertig. Dann gehen wir jetzt hier hin und sagen hier im Hufkratzsaal. Ah ne. Ähm, erstmal jetzt Schwalbkampf. Danach Schwalb-Lotion und danach Mähnenkampf. So. So, dann machen wir erstmal hier deine Hufen, damit die wieder ordentlich schön sauber sind. So. Oh, die sind aber auch ganz schön dreckig hier, Pferdchen. Mann, Mann, Mann. Fassen damit denn nur gemacht, he? Dass die dann so dreckig aussehen. Kann ja nicht angehen hier. So, sauber. Geht mal die nächsten. Hallo. Ach, dieses Fett, das reagiert immer so dermaßen langsam. Das ist echt unglaublich. Vielleicht kommt das aber manchmal auch mal da durcheinander oder so, dass es auch vier Beinchen hat. Mein, mein Pferd kommt manchmal, glaube ich, irgendwie damit auch immer voll durcheinander. Oh, ich hab ja eigentlich vier Beine. Hm. Oder, verdammt, wo gehört denn jetzt nochmal das Bein hin und äh, das Bein und... Ähm, jetzt bin ich verwirrt. Ja, so denken manchmal, glaube ich, echt die Pferde. Die wissen manchmal einfach nie nochmal wohin mit ihren ganzen Beinchen. Naja, manchmal kann ich jetzt auch irgendwo echt gut nachvollziehen. Ich mein, ich glaub, ich würde damit auch durcheinander kommen. Aber nein, nicht weil ich typisch Frau bin, sozusagen. Sondern, weil es einfach so ist. Genau, nimm mal dein Beinchen hier wieder ein bisschen zurück, damit ich einfach hier einen besseren Blick hab. Gut gemacht! Ja, hast du gehört? Hast du's gut gemacht. Jetzt ist es denn daran auch so schwer. Das hat er hier schon die ganze Zeit eigentlich schon gemacht. So. Ach ja, genau. Und in das Buch müssen wir Hermann ja auch noch ein bisschen umändern und so, was unser Pferd am besten kann und was es noch lernen kann. Und, und, und. Das können wir ja nochmal einmal noch machen. Ähm, denke ich mir mal. Weil, ähm, wäre schon schön, wenn da was von uns drinsteht und nicht, dass jeder einfach irgendwas reinschreibt und so. Das war eigentlich schon ein bisschen irgendwie doof, weil ich meine, wir haben das wohl erst bekommen und dann auf einmal müssen wir, müssen wir so ungefähr schon wissen, ähm, was wir hier mit unserem Pferd, was es einfach schon kann und was es nicht kann. Was man eigentlich gar nicht wissen kann, sozusagen. Also, gut außer wenn man vielleicht halt eben, äh, die Besitzer so fragt, ja, was kann es dort am besten und was mag es nicht oder so. Aber, das finde ich einfach trotzdem irgendwie ein bisschen weiß. Nee, das ist irgendwie doof. Wenn, dann möchte man auch schon selbst seine Geschichte so ungefähr einmal reinschreiben und selber dann sagen, ja, hier, ne, mein Pferdchen kann hier so, mein Pferdchen kann das. Und das kann es besonders gut. Ich hab zum Beispiel einen anderen Pferd hab ich einfach reingeschrieben, weil, ähm, es soll einfach mal lernen, die Zunge rausstrecken zu können. Kann das natürlich nicht im Spiel. Ist mir eigentlich schon irgendwo ganz klar. Aber ich fand einfach schon, ähm, ja, diese Vorstellung allein fand ich schon sehr lustig. Und deswegen hab ich einfach so gedacht so, ach, das nehm ich jetzt einfach mal mit rein, weil das finde ich gerade tierisch lustig. Also, deswegen hab ich es eigentlich, ähm, einfach mal mit reingenommen. Weil ich einfach gesagt hab so, nö, das find ich lustig, das, ähm, nehm ich einfach mit rein und find ich gut und, ähm, ja. Du bist so ein gutes Pferd! Ja, das wissen wir doch, dass es, dass unser Pferd ein gutes Pferd ist. Und das weiß unser Pferd auch. Denk ich mir immer, ich hoffe es mir eigentlich auch irgendwo. Oh, ich weiß gar nicht, wo meine Plasche hier ist. So, dann haben wir das auch schon wieder fertig. Dann müssen wir hier noch die Mine machen. Wenn manchmal unser Pferd immer den Kopf immer so blödes wegdreht und das Nene mal so richtig präsentieren will, dass es eine Mine hat und dass sie an die Mine auch rankommen. Ja, dann find ich das, glaub ich, ein bisschen schlimmer sogar, wenn das Pferd größer ist, weil dann hat es ja auch eine längere Mine sozusagen. Und das, weiß ich nicht, das nervt mich dann schon so ein bisschen mehr als jetzt hier dieses hier zum Beispiel. Ich bin auch mal echt gleich gespannt, bei wie viel Prozent wir überall liegen. Ich denk mal Fell haben wir auch 100 Prozent, Schweifen müsste auch 100 Prozent und bei den anderen Sachen weiß ich jetzt noch nicht. Also ich hoffe mal bei den Hufen oder so, dass wir vielleicht wenigstens über 90 sind. Also wenn wir 90 Prozent haben, bin ich wieder zufrieden. Also denn bei der Mine auch, wenn wir da auch über 90, also bei 90 sind sozusagen, dann bin ich da auch mit zufrieden. Weil, ähm, ja, da füllt uns halt eben noch so ein bisschen die Pflegeprodukte, sag ich jetzt mal, die wir so gesehen dafür bräuchten. Aber, meine Güte, es geht auch alles so. Also find ich jetzt irgendwo. Nicht, du kleines Wärtchen? So, die Seite ist anscheinend schon gut, dann nehmen wir jetzt hier die nächste Seite. Damit die nächste Seite auch gut ist. Weiß doch, ja, so einen, so einen kleinen Stehkamp. Hier haben wir so einen Steh, ja, Stehmähne. Weiß jetzt gar nicht, wie das eigentlich heißt. Geht's. Keine Ahnung. So, Pferdchen, ne? Haben wir das auch irgendwann wieder hübschen, ne? Ne, kleines Wollen, du? Ne, man bist so geil mit klein, ja, man bist so riesengroß, um halt noch mehr zu putzen. Wenn er so klein ist, dann hat man noch weniger zu putzen, sozusagen. Aber wenn er aber groß und riesige, hat man ganz schön viel zu putzen und zu tun. Wenn man dann das Pferd sauber hat, sozusagen, das dauert noch länger als ein kleines Wollen. Da hat sich zwar nie nochmal wirklich vorstellen, äh, denken, sozusagen. Also eigentlich schon denken. Aber ich mein, der ist ja wirklich größer als hier dieses kleine Wollen, sozusagen. Du kannst eigentlich auch mal irgendwann echt deinen Kopf eigentlich nur ruhig halten, ne? Schließlich muss ich hier deine Minselauber bekommen. Auch wenn dieses Fett das gerade irgendwie nicht wirklich einziehen möchte. Und sich das eingestehen will. So sauber sein muss. Wie ist das die Mäden? So, was haben wir denn jetzt hier so? Schweifahrer 100%? Oh, Mäne 97. Wovon fällt sogar 93? Obwohl ich da tierisch viel geputzt habe, ne? Ist voll komisch eigentlich. Naja, aber okay. Alles noch 90er Worei, finde ich alles gut. Alles wunderbar. Alles wunderbar. So, dann machen wir hier wieder sein Futter fertig. Was hatte ich denn jetzt zuletzt gefüttert? Hatte ich jetzt heute zuletzt oder? Oder Weidekost? Ich nehme hier Weidekost. Hupf. So, was nehmen wir dann? Äpfel hat es doch schon lange nicht mehr. So, dann Gerste hat es. Hast du gesagt, dann habe ich alles gar nicht. So, der Mais bekommt jetzt zwei. Und saufen, 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 saufen. Trinken ist sehr, sehr wichtig. Weiß man ja selber. Denn viel trinken ist gut. So, Pferdchen. Zack, zack, zack. Das kommt nämlich alles in ein Trug. Und das kommt dann weg. So, dann nehmen wir hier mal wieder die Leiter nach oben. Ich möchte nach oben. Ich möchte nach oben. Hallo. Geht doch. Meine Güte. So, Tagebuch. So, wir sind bei Tag 4. Ja. Ja, was schreibe ich denn? Ähm. Pferdchen geht's noch gut. Äh. Pferdchen geht's. Geht's noch gut. Alles. Alles in. Ort. 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 Wie sieht das komisch aus? Ich lasse es jetzt einfach so. Meine Güte. So. Ja, ich weiß. Meine Rechtschreibung, ey. Achso, wir müssen gleich hier auch noch die Box machen. Stimmt ja. Wir können ja hier, äh, unseren Fohlen hier nicht in so'n, in so'n Tricking-Stall lassen. Ja. Das geht ja nun mal nicht. Nee, Pferdchen. Muss ja ordentlich sein hier. Achso, ja. Das kommt ja, weil ich doch grad den Stall hier frisch mache. Kann's ja gar nicht sauber ausziehen. So. Alles in die Schubka. So. So. Haben wir noch sogar noch, wer weiß hier, viel Zeit sogar noch. Ist ja auch eigentlich ganz toll. Zack. Und zack. Zack. So. Dann kann ich es ja ordentlich jetzt einstreuen. Weil ich mach das immer so, dass ich da einfach ein bisschen Stroh immer einfach hinten lege. Weil wenn ich da einfach so ein bisschen schon mal Stroh hab, weil wegen der Kamera und so. weil dann muss ich hier immer so und wieder so und das ist dann einfach mal so ein bisschen blöd einfach irgendwo. Weil so geht es wirklich dann auch echt am schnellsten einfach. Und hab ich das jetzt geglaubt. Und wie schon gesagt, also ich find das einfach dann wirklich viel, viel schöner. Und viel, viel schneller. So. Guck. Hast einen sauberen Stall. Schön, ne? Find ich auch. So. Und guck. Dann zieh ich mich hier mal wieder um. Diesmal möchte ich rot sein. So. So. Dann geh ich da vorne mal wieder einfach mal eben kurz hin. Achso. Ich kann ja schon mal für, für morgen kann ich ja hier schon mal sagen, hier die brauchen wir ja. Den brauchen wir. Und das und das. So. Weil das nehm ich dann einfach schon mal mit sozusagen. Dann haben wir das schon mal. Ja guck. Ein Targetbuch haben wir auch schon reingeschrieben. Ich weiß gar nicht. Obwohl ich ihn lang brauche ich noch nicht eigentlich. Oder?